Hi und willkommen zurück im Erzähler vom Podcast. Heute wieder mit Leonie. Hi Leonie. Hallo. Ihr kennt Leonie schon aus der Folge, wo wir über TikTok gesprochen haben. Und heute gucken wir uns ein anderes soziales Netzwerk an, nämlich Instagram. Leonie, was machen wir denn heute mit Instagram? Was ist unser Plan? Also wir gehen so ein bisschen mehr die Basics durch. Wir gehen durch die gesamte App durch und schauen uns die Benutzeroberfläche an und schauen uns die verschiedenen Funktionen von Instagram durch, weil da gibt es schon ziemlich viele. Ich kann mich noch erinnern, als ich auf Instagram gestartet habe, gab es nur den Feed mit quadratischen Bildern und 15 Sekunden Videos. Und inzwischen ist das schon deutlich mehr. Genau. Und das schauen wir uns heute ein bisschen an. Genau. Da kann man schon ein bisschen den Überblick verlieren bei den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Instagram uns so bietet. Und was ich gemerkt habe, wenn ich Social Media Workshops mache, ist, dass ich halt gerne über die Strategie spreche. Also was könnte man irgendwie machen? Was könnte man inhaltlich machen? Wie könnte man Formate entwickeln? Und ich habe das Gefühl, dass manchmal Leute sich dann nicht so gut darauf einlassen können, wenn sie selber noch an diesem Punkt sind, Moment, was ist denn jetzt überhaupt ein Reel? Oder was genau ist jetzt eine Story? Oder was macht man da so? Und deswegen, ja, finde ich das cool, wenn wir das heute mal einmal durchkauen und zeigen, was man da so machen kann, wie das in der App aussieht und was vielleicht dann auch so ein paar Best Practices sind für diese Art von Oberfläche. So nennt Instagram das nämlich selber, also Surfaces oder Oberflächen. Das behalten wir dann mal bei, diesen Begriff für diese Folge. Und ja, hoffe, dass die Leute danach dann ein bisschen sich sicherer fühlen und sich dann mehr wieder auf die Strategie konzentrieren können. Genau. Und wenn ihr schon, also wenn ihr volle Profis seid, dann könnt ihr die Folge überspringen. Oder wenn ihr viele von den Funktionen schon kennt, dann könnt ihr einfach in die Timestamps schauen und schauen, wenn wir zum Beispiel über die Reels sprechen und ihr sagt, okay, da weiß ich noch nicht genau, was es damit auf sich hat, dann könnt ihr da reinklicken und reinhören. Genau. Wir werden hier in der Video-Variante unseren Bildschirm gleich teilen und in die App reingehen. Falls ihr uns ganz normal per Audio-Podcast hört, dann könnt ihr jetzt entscheiden, wollt ihr quasi auf euer eigenes Handy drauf gucken? Wenn ja, dann schnappt euch doch einfach mal euer Smartphone und guckt parallel mit auf die App. Wir versuchen das dann so zu beschreiben, dass es auch für die Audio-Leute, dass die nicht verloren gehen irgendwo in den Irrungen und Wirrungen, nennen wir das so? Oder wenn ihr lieber uns zugucken möchtet, wie wir das machen, dann könnt ihr stattdessen jetzt auch auf YouTube gehen und euch die Video-Variante von dieser Podcast-Folge angucken und ja, dann schauen, wie wir das an unserem eigenen Erzähl-davon-Account uns angucken. Wenn ihr selbst durch die App schaut, dann merkt ihr vielleicht ein paar Unterschiede bei euch. Es könnte sein, dass ihr zum Beispiel noch eine ältere Version habt. Ihr könnt einfach updaten und schauen, ob sich das ändert. Aber auch allgemein, die Instagram-App ändert sich ziemlich häufig. Dann irgendwie verschiebt sich mal das Herz dann da, wo die Shopping-Bag ist und andersrum und wie auch immer. Das heißt, natürlich ist das jetzt eine Bestandaufnahme von Februar 2022. Das kann sich in naher Zukunft auch wieder ändern, alles. Das kann sich ziemlich schnell ändern, genau. Ja. Also je nachdem, wie lange in der Zukunft ihr euch das dann anguckt, vielleicht gibt es dann das ein oder andere Feature bzw. die ein oder andere Oberfläche nicht mehr oder ist es noch was Neues dazugekommen. Wir werden sehen. Okay, dann legen wir mal los und wechseln auf die Ansicht in der App. So, also wir sind jetzt hier in der Instagram-App und das ist jetzt die Ansicht, die man sieht, wenn man als allererstes die App aufmacht. Wir haben jetzt hier oben das Instagram-Logo und drei verschiedene Menüpunkte. Dieser erste, der ja so ein abgerundeter Kasten mit einem Plus drin ist, damit kann man neue Beiträge erstellen. Also wenn ich jetzt was posten möchte, einen Feed-Post oder eine Story und Co., dann kann ich direkt darüber das machen. Das zweite ist ein Herzchen und damit kann ich meine Aktivitäten mir angucken. Also zum Beispiel, wer einen Beitrag von mir geliked hat, wer mir neu folgt und so weiter und so fort. Und dieses Papierflieger-Symbol, dieser Papierflieger-Origami-Pfeil, der steht für die Direktnachrichten. Also da kann ich dann quasi gucken, mit wem ich zuletzt geschrieben habe. Das mache ich jetzt aus Privatsphäre-Gründen nicht, aber wir können in die Aktivitäten mal reingucken und das sieht dann so aus. Also da sehe ich, dass jetzt hier ein Account gerade vor acht Minuten den Beitrag geliked hat. Und ich sehe, dass ich mich mit diesem iPad vor zwölf Stunden angemeldet habe und der benachrichtigt mich. Das gehört natürlich zur Account-Sicherheit. Das ist auch sehr gut. Also hier sehe ich jetzt, wer Sachen geliked hat, wer mir jetzt folgt oder wenn jemand einen Kommentar geschrieben hat, dann kann ich das da direkt sehen und dann entsprechend darauf antworten. So, gehen wir wieder zurück zu unserer normalen Ansicht. Hier diese Kreise. Was verbirgt sich denn dahinter, Leonie? Genau, also das sind die Storys. Damals vielleicht etwas übernommen von Snapchat, wer weiß. Ja, inspiriert. Inspiriert, ja, genau. Wenn man da drauf klickt, da kann man die Storys von diesen Accounts anschauen. Das sind dann Beiträge, das sind Videos, Fotos, die nur 24 Stunden abrufbar sind, beziehungsweise man kann sie dann speichern als Highlights. Dazu kommen wir später dann wahrscheinlich noch. Genau, also da kann man sich dann durchklicken. Man kann direkt darauf antworten. In der Story kann man... Genau, wenn Sie auf diesen süßen Hund antworten würden, dann könnten wir das einfach hier machen, indem wir eine Nachricht schreiben oder so eine Quick-Reaction senden. Vielleicht finden wir den ganz süß und haben jetzt mal diese Reaction gesendet. Genau. Und da kommt direkt eine Werbeanzeige, klasse. Werbung kommt auch immer wieder zwischendurch. Genau, man kann auch Beiträge, die im Feed erschienen sind, in der Story teilen. Man kann Umfragen machen, wie jetzt hier auch. Genau, also hier sieht man, dass quasi der Account Lambda Baden-Württemberg diesen Beitrag von ZDF heute in der Story geteilt hat. Wenn ich den jetzt anklicken würde, dann würde ich zu dem Beitrag kommen. Und hier ist die passende Umfrage dazu, genau. Genau. Es gibt sehr viele, also in der Story gibt es sehr viele Möglichkeiten, so interaktive Sachen zu machen. Also es gibt zum Beispiel diesen Sticker, wo man dann so Was magst du lieber, Pizza oder Pasta? Fragen kann. Oder man kann einen Fragensticker einfügen, wo man dann eine Frage stellt, die dann eine offene Antwort hat, wo man dann, wo die Leute dann quasi einen Text eingeben können, einen kurzen, und dann kann man diese Antworten anonym teilen zum Beispiel. Ja, da gibt es eigentlich viele, oder es gibt auch Quiz-Sticker, wo man dann so verschiedene Antworten geben kann und eine Antwort ist richtig. Also da gibt es viele interaktive Möglichkeiten in den Stories zu arbeiten. Genau, und das ist jetzt hier ein schönes Beispiel, weil sie quasi diese Nachricht geteilt haben, heute schon gelesen, jetzt hierzu noch einen Kontext geben und dann quasi jetzt fragen, Wusstest du das, ja oder nein? Ich sehe jetzt prozentual, wie die anderen Leute abgestimmt haben, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben. Und ja, dann geht die Story quasi weiter. Dann könnte man zum Beispiel abwarten, wie die Leute abgestimmt haben und dann zum Beispiel darauf eingehen und sagen, okay, die meisten von euch wussten das schon, aber wusstet ihr auch dieses und jenes? Vielleicht noch irgendwie einen weiteren Spezialfakt oder sowas in der Art. Also über die Stories kann man sehr gut mit verschiedenen Leuten interagieren. Genau. Und man hat hier oben auch seine eigene Story. Also das sieht man jetzt hier, deine Story. Und jetzt sehe ich hier, vor 18 Stunden habe ich diese Story erstellt und habe da auch mit einem Umfragesticker gearbeitet. Und da ging es um unsere neueste Podcast-Folge. Und ansonsten sind das hier oben dann einfach die Stories von Accounts, denen ich folge. Also das sind jetzt keine fremden Accounts, sondern das sind Accounts, denen ich folge. Und wenn eben da dieser rote oder dieser pinke Kringel drum ist, dann sieht man quasi, dass da gerade aktiv eine Story ist. Und standardmäßig löschen die sich ja nach 24 Stunden wieder. Das heißt, man hat da so ein bisschen natürlich den psychologischen Druck dahinter, dass man sagt, oh, da gucke ich mal schnell die Story, weil sonst ist sie ja wieder weg. Und ich will das ja nicht verpassen, was es da Neues gibt vom Tierheim oder von meinen Freunden und Bekannten. Genau. Und direkt drunter kommt der normale Feed. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel direkt am Anfang ein Reel. Also Reels werden auch im Feed angezeigt. Ja, genau. Aber da werden nicht nur Reels angezeigt, da werden auch andere Beiträge angezeigt. Ich persönlich, also so nach meiner Beobachtung von den letzten paar Wochen, sehe das irgendwie sehr oft bei mir gerade Reels oben an der Startseite angezeigt werden. Und dann eher normale Beiträge, wie zum Beispiel hier. Das ist ein klassischer Fotobeitrag. Genau. Und wo man natürlich auch die klassischen Funktionen hat mit liken, kommentieren, weiterleiten oder auch speichern. Und das hier ist dann... Genau. Weiterleiten kann ich hierüber, kann das dann in meine Story teilen oder an eine Freundin oder einen Freunden hinschicken und kann mir das hier dann speichern in meiner Collection. Und ich kann natürlich auch lesen, welche Kommentare die anderen geschrieben haben zu dieser Story mit der Katze im Tierheim. Genau. Man kann natürlich auch normale Videos teilen, also nicht als Reel, sondern auch als normales Video. Müssen wir mal gucken, ob hier was kommt, ob jemand überhaupt noch normale Videos postet. Tja. Aber hier haben wir schon mal ein Karussell, also auch schon mal eine andere Art von Hostel. Genau, das sind ja diese Beiträge, wo man bis zu zehn verschiedene Foto- oder Videobeiträge so hintereinander quasi posten kann. Man kann dann hier so vertig... Nein, horizontal. Horizontal ist das, gell? Horizontal scrollen. Und das sind natürlich auch... Also das ist ein Beitrag, den wir auch gern mögen, weil man dann natürlich viel mehr unterbringen kann als in einem normalen Post. Also hier in dem Fall ging es jetzt darum, dass man hier eine Box gewinnen kann und sie quasi teilen, was alles da drin ist. Und dann sehe ich natürlich, wow, das ist ja klasse, was da alles drin ist. Da mache ich mal mit bei diesem Gewinnspiel und bin dann vielleicht, ja, motivierter, das zu machen. Hier haben wir mal wieder eine Werbeanzeige, die sind zwischendrin natürlich auch drin. Da kommen wir auch nicht mehr dran vorbei. Und hier hätten wir noch mal ein Wheel. Ja, ja, genau. Genau, von der Kati, die hier so ein kleines Tutorial als Wheel veröffentlicht hat. Naja, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, die Beiträge sind nicht chronologisch, sondern es ist relativ undurchsichtig, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden. Früher war das mal chronologisch inzwischen, dass das halt eben von einem Algorithmus bestimmt. Aber ja, es gibt nicht die transparenten Merkmale, die einem sagen, was man machen muss, damit dein Beitrag sofort oben angezeigt wird. Das ist, ja, nicht ganz so durchsichtig. Also man sieht hier unten, dieses Video von der Schink-Normalen-Superhelden wurde vor fünf Stunden gepostet und das davor, aber vor einem Tag. Und trotzdem wurde es uns vorher angezeigt, obwohl das eine ja neuer ist. Also da steckt quasi, ja, einer der Algorithmen hinter. Wir verlinken euch da auch einen Blogbeitrag von Instagram selber, wo sie halt ein bisschen andeuten, wie die Algorithmen entscheiden. Aber wie Leonie schon gesagt hat, wie genau die arbeiten, verraten die nicht. Das ist natürlich deren Geheimnis oder deren Betriebsgeheimnis. Aber grundsätzlich gucken die Algorithmen zum Beispiel auch so was wie, haben viele Leute sich das angeguckt, haben viele Leute das geliked, haben viele Leute das gespeichert und Co. Und wenn ein Beitrag bei einer gewissen Anzahl von Menschen beliebt war, dann zeigen sie es quasi noch mehr Menschen. Und andersrum, wenn ich was poste und niemanden interessiert es, warum sollten sie es dann noch viel mehr Leuten zeigen, wenn es anscheinend kein guter Beitrag ist oder kein informativer Beitrag oder kein witziger Beitrag. Also das ist so ein bisschen die Grundfunktion. Und hier kann ich jetzt theoretisch ewig runterscrollen und mir die ganzen neuen Beiträge angucken. Irgendwann kommt gegebenenfalls so eine Meldung, hey, es gibt nichts Neues, du hast alles gesehen. Ich weiß gerade nicht, Leonie, weißt du gerade aus dem Kopf, wie die Meldung heißt? Und du bist auf dem aktuellsten Stand oder sowas? Ja, genau, das war ein Teil von der Initiative von Instagram, um quasi so ein bisschen gegen Mediensucht oder so hingegen zu wirken. Und ja, da kam dann halt so eine Nachricht, dass man quasi jetzt beruhigt aufhören kann zu scrollen, weil man hat halt die ganzen wichtigen Sachen schon gesehen und kann jetzt die App mal wieder schließen. Naja, wenn wir jetzt hier in unserem Feed alles Mögliche gesehen haben von den Accounts, die wir schon kennen. Also wie gesagt, das sind größtenteils Beiträge von Accounts, denen wir selber folgen. Zwischendurch, wie gesagt, Werbung, wie hier jetzt für diese komischen Blumengestecke. Was zwischendurch auch kommen kann, das habe ich jetzt neuerdings seit ein paar Wochen, dass mir Beiträge vorgeschlagen werden. Also weil du einen Beitrag von Account XY geliked hast, gefällt dir vielleicht auch das hier. Und da werden wir in Accounts vorgeschlagen. Oder falls man einen Hashtag abonniert hat, dann bekommt man manchmal auch Beiträge vorgeschlagen, die Accounts, denen man selber noch nicht folgt, unter diesem Hashtag gepostet haben. Weil Instagram quasi sagt, hey, du willst doch was wissen zum Thema, keine Ahnung, Hashtag Nachhaltigkeit. Guck mal hier, der Beitrag könnte dir gefallen. Aber größtenteils, wie gesagt, sind das Beiträge von Leuten, die man schon kennt. Dann können wir wechseln auf die nächste Oberfläche. Und das ist jetzt immer spannend, was da jetzt so vorgeschlagen wird. Denn wir wechseln jetzt auf die Explore-Page. Leonie, was ist denn die Explore-Page? Genau. Also hier werden Beiträge angezeigt von Accounts, also jetzt im Gegensatz zu der Startseite, denen du nicht folgst. Also das sind jetzt basierend auf den Interessen, die man an den Tag legt, was der Algorithmus denkt, woran du dich interessieren könntest. Beiträge, zwischendrin sieht man auch wieder, hier sind Reels immer wieder eingeblendet. Genau. Auch hier ist es so ein bisschen undurchsichtig, wie ich finde, wie man, also erstens mal, warum die Beiträge jetzt unbedingt auf der Explore-Page sind, aber auch, wie deine eigenen Beiträge auf die Explore-Page kommen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Checkliste, die du abhaken kannst und dann weißt du, okay, mein Beitrag kommt jetzt dort. Das ist wirklich sehr... Das ist ein bisschen so eine Lotterie, ob man da draufkommt oder nicht. Also man kann es sich zum Teil erklären. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass das Tierheim Delburg zum Beispiel ganz oben angezeigt worden sind, wenn Storys, die gucke ich sehr gerne. Ich gucke gerne, was es so Neues gibt in Köln, bei denen im Tierheim. Wahrscheinlich werden wir deswegen jetzt hier einige Tierbeiträge angezeigt. Also da oben das Reel von diesem Hund, der da irgendwie versucht, in diese Papiertüte reinzukommen. Hier Hunde Senioren-Hospites. Wahrscheinlich hat Instagram da gedacht, okay, diesem Account gefallen die Beiträge von diesem Tierheim. Zeigen wir ihnen mal die Beiträge von einer anderen Tierschutzorganisation. Das finden die bestimmt spannend. Oder hier oben, das sieht aus wie irgendwie ein News-Beitrag zu aktuellen Nachrichten in Deutschland. Dass Instagram dann quasi sagt, okay, das interessiert dich wahrscheinlich. Warum jetzt hier irgendwie so Bastelsachen religiöse kommen? Ich habe keine Ahnung. Das ist das Geheimnis von Instagram. Das können die quasi sich selber überlegen. Hier sehe ich zum Beispiel einen Beitrag von Anne Grabs über Content-Strategie und Instagram. Das passt, weil wir ja auch zu diesen Themen, wie kann man gut Social Media einsetzen und so weiter posten. Und da sieht Instagram anscheinend, dass unser Account sich für das Thema interessiert. Also zeigt er uns jetzt hier den Beitrag von Anne Grabs und noch mehr Hunde-Content. Okay, also eine ziemlich wilde Mischung auf dieser Explore-Page. Und ja, damit gibt Instagram uns quasi Vorschläge, was uns interessieren könnte, was wir uns angucken könnten, um so eben neuen Inhalt zu entdecken, neue Accounts zu entdecken, denen wir dann folgen könnten, die eben ganz schön viele Hunde, die für uns interessant sein könnten. Genau. Und ja, im besten Fall kommt man selber auch auf die Explore-Page mit einem eigenen Beitrag, dass also für andere Menschen unser Beitrag dort angezeigt wird, damit die dann sich das angucken. Wow, ist wild mit dem Hund da oben, gell? Genau, also natürlich, wie die Luper auch das irgendwie anscheinen lässt, ist natürlich die Seite nicht nur dafür da, sondern man kann auch klassisch nach Accounts suchen, nach Hashtags suchen, nach Orten suchen, glaube ich auch. Also, das heißt, wenn ihr, ja, wenn ihr jemanden sucht, jemanden speziell, dann ist das die Stelle, wo ihr anklicken müsst, um zu suchen. Genau, da kann man einfach dann da oben ins Suchfeld geben und dann da ein Stichwort, ein Hashtag oder einen Namen eingeben und dann mehr sehen. Okay, jetzt gehen wir mal auf den mittleren Button. Das ist ja sehr kontrovers, was da auf diesem mittleren Button ist, denn das ist auch so ein Instagram-Update vor ein paar Monaten. Früher war nämlich dieser mittlere Button in der Menüleiste der Button, worüber man einen neuen Beitrag geteilt hat. Also, wenn man selber etwas posten wollte, hat man da draufgeklickt, um dann seine Fotos und so weiter hochzuladen. Und mit diesem Update damals hat Instagram da aber den Reels-Button draufgelegt. Der ist jetzt also sehr prominent. Und wenn wir da draufklicken, erwartet uns Folgendes. Genau, die Reels. Also, das sind dann die Videos, die quasi ähnlich wie im Story-Format, also so, ich weiß nicht genau, was das genaue Seitenverhältnis ist, aber anders als zum Beispiel die Feed-Beiträge, die man nur in nicht so einem ganzen hohen Seitenverhältnis posten kann, sind das eben Videos, die ähnlich im Story-Format sind. Und bis zu eine Minute aktuell oder 30 Sekunden, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, das sind eben kurze Videos, wo man Musik hinzufügen kann, andere bekannte Sounds, die gerade viral gehen, Text-Overlays. Und ja, und hier werden auch Beiträge, Reels angezeigt von Personen, die man in der Regel nicht folgt. Beziehungsweise es können natürlich auch Sachen angezeigt werden von Leuten, denen man folgt, aber das sind in der Regel dann Leute, denen man nicht folgt, eben ähnlich wie bei TikTok, wo man das eben auch kennt. Genau, also jetzt hier zum Beispiel DAI, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesem Account folgen und die haben jetzt hier ein Reel gemacht zu diesem Musical-Theater-Camp, bei den anderen Accounts, denen folgen wir noch nicht. Das hat man auch gesehen, dass da so ein sehr prominenter Folgen-Button neben dem Account-Namen war, dass man also, wenn man sagt, hey, das Reel ist witzig, quasi dann direkt draufklicken und folgen kann. Wir haben auch in unserer TikTok-Folge ein bisschen über Reels geredet, was so der Unterschied zwischen TikTok und Reels ist, da lohnt es sich vielleicht nochmal reinzuhören und ja. Ich kann auch schon mal verraten, dass wir demnächst über dieses Reels-Thema auch noch ein Podcast-Interview machen werden mit einer Organisation, die das sehr cool macht. Also da müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden oder wahrscheinlich einen Monat, wenn diese Folge erscheint. Und dann könnt ihr da auch noch von dieser anderen Organisation hören, wie die das machen und was so deren Reels-Tipps und Tricks sind. Aber tatsächlich ein Tipp ist schon, falls ihr eh TikTok-Videos macht, dann könnt ihr die auch für Reels zweitverwerten. Man sollte nur vorher durch irgendeine App so das Wasserzeichen entfernen, weil Instagram das nicht gerne mag, weil man die Sachen einfach ganz faul direkt von TikTok hochlädt und das TikTok-Wasserzeichen noch drin ist. Aber da gibt es Tipps, wie man das entfernen kann und findige Leute haben da Apps für entwickelt, um das wegzumachen. Oder man tut einfach vorausblickend das Video quasi nicht in TikTok selbst filmen, sondern anders bearbeiten und dann kann man das einfach einmal auf TikTok und einmal auf Instagram posten, ohne was erzählen. Genau, das funktioniert natürlich auch. Also InShot ist da so meine Handy-Bearbeitungs-App des Vertrauens oder gibt es auch noch viele andere, die man benutzen kann. Wir haben auch schon mal über dieses Mobile-Video-Thema gesprochen, eine ältere Podcast-Folge, die verlinke ich euch auch in den Shownotes, falls ihr da noch einen Pep-Talk braucht, um mit Video anzufangen. Aber ja, Video dominiert halt immer mehr. Also da kommen wir später noch drauf, aber wenn man jetzt Instagram nach wie vor nur dafür benutzt, um statische Fotos zu posten mit einem Satz Text dazu, das wird nicht so gut funktionieren, kann ich jetzt schon mal sagen. Von daher freundet euch mal mit dem Gedanken an, überlegt euch mal, wie könnt ihr Videos erstellen, was macht ihr in eurem Verein, was sich eh dafür eignen würde, daraus Video-Content zu machen. Also so einfaches Behind-the-Scenes-Video, wie vorhin mit dem Tierheim, die halt kurz zu einem Hund gezeigt haben, wie sie mit dem Gassi gehen. Oder auch tatsächlich so ein Mini-Event-Film wie hier zu dem Musical-Theater-Camp, wo quasi so ein paar Eindrücke gesammelt werden und die werden dann zusammengeschnitten und daraus wird dann so ein kleines Reel gemacht, um zu zeigen, wie dieses Event abläuft. Also ja, das macht Sinn, wenn ihr euch da mal Gedanken zu macht, wie das so gehen könnte. Das Besondere an den Reels ist, finde ich, dass die so krass den Bildschirm einnehmen. Also da sieht man quasi gar nichts anderes mehr, sondern man sieht immer nur ein Reel am Stück, während man im Feed ja immer auch davor und danach schon so ein bisschen sieht und das ist halt, das ist nochmal so ein immersiveres Scrolling-Erlebnis quasi und soll einen natürlich auch dazu bringen, da möglichst lange dran zu bleiben und halt immer so dieses, vorhin hatten wir horizontal, jetzt ist es vertikal, dieses vertikale Scrolling zu haben, wie man es eben auch von TikTok kennt und ja, ich glaube da, ich habe neulich irgendwas gelesen, dass Instagram da wohl auch experimentiert, dass man demnächst die Storys auch quasi so rumwischt statt so rum, aber naja, das werden wir sehen, ob das dann kommt oder nicht. Jetzt können wir erstmal uns auf den vierten Menü-Button uns den angucken beziehungsweise ganz kurz darüber reden. Ja, das war auch eine kontroverse Entwicklung. Früher war nämlich dort an der Stelle das Herz für die Aktivitäten und jetzt findet man dort quasi den Shopping-Bereich. Genau, da kann man dann ja shoppen gehen. Naja, also für die, für euch ist das wahrscheinlich nicht so relevant, also das könnt ihr einfach wahrscheinlich wie die meisten auch gekonnt ignorieren. Es sei denn, ihr habt, wie war das, man braucht einen Shopify-Account dafür, um das zu verbinden. Ja, also wenn ihr irgendwie so ein Shop-System habt, dann könnt ihr das quasi mit Instagram verknüpfen und dann können Leute über Instagram direkt eure Sachen shoppen. Also was war das hier oben irgendwie, was ist das, eine Duftkerze und jetzt kann ich quasi das direkt über Instagram shoppen oder mir hier die Website quasi angucken und eben schauen, was es hier noch so gibt von diesem Shop. Also wenn ihr da eh ein Shop-System habt und ihr verkauft irgendwas, also irgendwelches Merch oder irgendwelche Produkte oder sowas, könnte es vielleicht sinnvoll sein, das einzubinden, aber ich gehe davon aus, dass es für die meisten von euch nicht relevant ist, über Instagram eure Followerinnen und Follower zum Shoppen zu bringen und hier, das sind jetzt quasi Beiträge wieder, wo der Algorithmus denkt, dass es uns das gefallen könnte. Also Duftkerzen anscheinend, die Fuchsfurz heißen. Okay. Cool. Was auch immer der Algorithmus von diesem Account denkt, was uns so gefällt. Aber wie gesagt, ich glaube, der wird häufig angeklickt, weil die Leute noch Muscle Memory haben und zu ihren Aktivitäten wollten und ich glaube, dadurch kommen die meisten Klicks auf diesen Tab zustande. Also alle Menschen, die ich kenne, finden den nicht so gut und nutzen Instagram nicht zum Shoppen. Von daher, ja, vielleicht sieht Instagram es ja auch ein und packt den dann irgendwo an eine andere Stelle. Wir werden sehen. Okay, jetzt haben wir hier den fünften Button und das ist jetzt unser eigenes Profil. Juhu. Da werdet ihr mit Sicherheit öfter draufklicken als auf den Shopping-Tab. Und da seht ihr jetzt einen Überblick über euer Profil mehr oder weniger so, wie andere Leute es auch sehen würden. Also ihr habt hier ganz oben nochmal einen Hinweis auf dieses Professional Dashboard. Das ist eine neue Funktion, das wurde vor ein paar Monaten eingefügt, wo einem quasi noch ein paar Tipps gegeben werden für Business- und Creator-Accounts, wie man das irgendwie verbessern kann. Ansonsten sehen wir jetzt hier unser Profilbild. Wir sehen, wie viele Beiträge wir gepostet haben, wie viele Follower wir haben und wie vielen Accounts wir folgen. Wir sehen hier unser Profil, unseren Profil-Text. und Co. Und können das hier auch bearbeiten, wenn wir möchten. Also wenn wir hier auf Profil bearbeiten gehen, dann können wir hier unsere Informationen verändern. Falls wir Werbeanzeigen schalten wollen würden, könnten wir das auch tun über die Werbetools hier. Die Insights dahinter verbergen sich Statistiken. Also da wird einem gezeigt, quasi wie sich die Reichweite verändert hat, wie viele Follower man hat und so weiter. Man kann sich da die Statistiken angucken. Falls wir einen Shop hätten, könnten wir ihn da hinzufügen oder wir könnten da die Kontaktmöglichkeiten nutzen. Also man kann ja eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse hinterlegen und die erreicht man dann da über E-Mail. Wir sehen hier unsere Story-Highlights und wir sehen hier unsere ganzen Beiträge. Was verbirgt sich dann hinter diesen verschiedenen Menüpunkten hier, Leonie? Genau, also ganz links quasi das normale Raster ist der normale Feed, also mit den normalen Beiträgen. Man kann bei Reels zum Beispiel auch auswählen, ob man das Reel, was man postet, im Feed anzeigen lassen möchte oder ob man das quasi dann nur im Tab ein zweiter rechts anzeigen lassen möchte. Zum Beispiel hier ist jetzt ein Reel, was im Feed angezeigt wird, aber man könnte das auch quasi aus dem Feed entfernen, wenn man möchte. Genau, und man sieht das an diesen kleinen weißen Symbolen oben rechts. Also wenn das hier diese Filmklappe ist, dann ist das ein Reel und darüber, das Foto von Luisa von hinten, da sieht man, dass das ein Karussell ist, weil das halt eben diese angedeuteten mehreren Slides hintereinander sind und wenn da kein Symbol ist, dann ist das einfach ein ganz normaler einzelner Post und mal gucken, haben wir hier irgendwo auch ein Video drin? Wahrscheinlich nicht, wir posten selber auch so wenige Videos. Ah, hier wäre mal ein Beispiel für ein Video. Also dieses Play-Symbol, quasi dieses Dreieck, was so nach rechts zeigt, das ist quasi das Symbol dafür, dass sich dahinter ein Video verbirgt. Und wenn ich auf einzelne Beiträge klicke, dann kann ich mir da natürlich auch angucken, wer hat das geliked, wer hat das kommentiert und die Insights, wir können jetzt mal beim allerneuesten Post da reingehen, also ich kann mir jetzt hier meinen eigenen Beitrag wieder angucken, ich kann gucken, wem das gefällt. Klar, Luisa gefällt das, die ist ja auch zu sehen, natürlich. Kommentare haben wir, glaube ich, noch keine zu dem Beitrag und hier bei den Insights kann ich mir jetzt die Insights angucken, die nur für diesen Beitrag gelten. Also bei den Insights, die wir eben angeguckt haben, die gelten ja für den ganzen Account und das hier sind jetzt aber die Insights für den Beitrag und da sehen wir zum Beispiel, dass 14 Leute sich den gespeichert haben. Das ist doch schon mal nicht schlecht, dass 14 Leute gesagt haben, cool, gucke ich mir später nochmal an oder man kann jetzt hier gucken, wie die Reichweite ist und von wo die Leute gekommen sind und hier eine einzige Person ist von der Explore-Page gekommen. Ja, schade, dass es nicht ein paar mehr sind, dass der nicht auf der Explore-Page für viele Leute gelandet ist, aber naja, immerhin eine Person, bei einer Person ist es auf der Explore-Page gelandet. Was sind denn die anderen? Das erste jetzt hier, dieses Gitter-Symbol, das war der normale Feed, was verbirgt sich hinter den anderen? Genau, also wie ihr das Symbol vielleicht schon wieder erkennen könnt, eins weiter rechts befinden sich dann die Reels, das sind dann alle Reels, die man postet, nicht nur die, die man im Feed-Beitrag anzeigen möchte. Genau, und da kann man sich dann auch durchwischen und die Beiträge anschauen. Man kann auch sehen, wie viele Aufrufe das hat, zum Beispiel sieht man ja, dass die irgendwie schon so ein bisschen Reichweite stärker sind, als jetzt die anderen Feed-Beiträge, die normalen. Genau, da sieht man natürlich auch dann die Kommentare, falls es welche gibt und so weiter. Genau, also man kann sich jetzt hier wieder das Reel angucken und auch die Insights dafür, also hier ist dieses vom Profil-Raster entfernt, das ist das, was Leonie gerade schon genannt hat, und dann kann man sich hier auch die Insights ansehen zu dem Reel und sieht dann hier nicht nur, wie häufig das abgespielt wurde, was man ja eben auch schon gesehen hat, sondern auch die anderen Sachen, also die Likes und die gespeicherten Beiträge und so weiter und so fort. Genau, und eins weiter drüben gibt es nochmal einen Tab und das ist dann für Videos. Das ist auch ein Tab, den es noch nicht so lange gibt, wie ich meine. Also hier wird nochmal dezidiert unterschieden inzwischen Videos, die, ja, die hier gesammelt sind an einer Stelle. Genau. Da gab es früher das Symbol für IGTV, das Symbol war so ein angedeuteter Fernseher, wo quasi, was war da drin? Ein Instagram-Logo oder ein Blitz oder sowas? Es sah so ein bisschen aus wie ein Fernseher. Und IGTV war quasi die Oberfläche von Instagram, wo man längere Videos posten sollte, also quasi Videos, die eine Minute länger, oder so mindestens eine Minute lang waren und normalerweise dann, glaube ich, bis zu 15 Minuten und dann, glaube ich, bis zu 60 Minuten konnte man da Videos hochladen. Und das war damals so ein bisschen, was Instagram installiert hat als Konkurrenz zu YouTube. Hat aber nicht so gut funktioniert. Also die Leute gucken nicht so gerne so längere Videos über Instagram und deswegen haben sie dann quasi Instagram, IGTV so ein bisschen gekillt und haben das jetzt integriert in diesen normalen Video-Tab. Das heißt, normale Feed-Videos von bis zu einer Minute und diese Ex-IGTVs von einer Minute und mehr sind jetzt quasi hier gemeinsam in diesem einen Tab. Und da kommen auch Videos rein, falls man einen Livestream macht und den dann als Video speichert. Dann erscheint er auch dort. Also das können wir euch jetzt hier nicht zeigen, weil wir das nicht gemacht haben, weil wir immer nur so kurze Videos gepostet haben. Aber ja, da sieht man auch schon von der Anzahl der Plays, dass normale Videos ein bisschen abstinken im Gegensatz zu den Reels, die halt viel mehr gepusht werden als die normalen Videos. Und auch hier gilt, man kann dann da draufklicken und kann sich dann den Beitrag nochmal angucken und so weiter und so fort. Genau. Und ein Tab weiter haben wir die Guides. Das ist auch noch relativ neu. Dort könnt ihr selbst Guides erstellen zu bestimmten Themen. Also zum Beispiel hier Redaktionsplanung und könnt dann Beiträge auswählen, die zu diesem Thema passen. Das sind dann, also ihr könnt dort nicht nur Beiträge auswählen, die von euch sind, sondern auch von anderen Personen. Also ihr könnt dann auch quasi fremden Content kuratieren an dieser Stelle. Genau. Falls ihr einen Shop hättet, könntet ihr auch Produkte zu einem Guide zusammenfassen. Also vielleicht sowas wie Geschenkguide zu Weihnachten oder sowas. Oder Orte. Aber in dem Fall hier Beiträge. Und man kann dann entweder Beiträge, die man gespeichert hat, quasi auswählen. oder man kann Beiträge, die man selber gepostet hat, auswählen. Und das, dann kann man also zum einen so ein bisschen wie bei den Story Highlights, wie man da Beiträge aus einer Story sammelt, kann man hier quasi Beiträge aus dem Feed sammeln. Oder man kann eben Beiträge von anderen empfehlen. Also vielleicht habt ihr eine Partnerorganisation oder mehrere Partnerorganisationen. Und dann könntet ihr zum Beispiel einen Guide erstellen, wo ihr dann von den anderen Organisationen, hier vorhin die Katze, die ich gespeichert habe, wo ihr zum Beispiel von denen dann Beiträge teilt oder sowas wie hier. Tipps für deinen Alternativtext, anscheinend ein Beitrag von barrierefrei posten zum Thema, wie man barrierefrei irgendwie Social Media Beiträge erstellt. Und angenommen, man hat dazu mehrere Tipps, die man teilen möchte, könnte man eben dann dazu einen Guide erstellen. Diese Funktion ist auch relativ neu. Die gibt es so seit einem Jahr oder anderthalb Jahren ungefähr. die ist aber natürlich nicht so prominent wie die Story Highlights. Also die Story Highlights sind halt viel, viel prominenter. Das sieht man ja hier oben. Diese Guide-Funktion ist noch so ein bisschen versteckt. Und deswegen habe ich das Gefühl, nutzen auch noch nicht so viele die. Was aber tatsächlich sehr praktisch ist, ist, wenn man so einen Guide erstellt hat, dann kann man selber den teilen in der eigenen Story oder man kann ihn jemandem schicken. Andere Menschen können den aber auch teilen. Also wenn ihr einen coolen Guide erstellt habt mit irgendwelchen hilfreichen Infos oder so, dann könnten eben andere Organisationen den teilen und so werden Leute dann wieder auf euch und euer Profil aufmerksam. So, und dann hier das Letzte. Genau, das sind jetzt Beiträge, die nicht von euch sind, sondern wo andere Accounts euch verlinkt haben. Also gesagt haben, hier zum Beispiel hier seid ihr zu sehen oder hier das ist interessant für euch oder hier das ist ein Repost von oder ein Gastbeitrag von und dann ja, wurde der Account hier direkt quasi verlinkt. Ihr habt auch die Macht darüber zu sagen, ob dieser Beitrag dann auch bei euch auf dem Profil angezeigt wird. Also ihr könnt dann auch sagen, hier, ich möchte diesen Beitrag entfernen oder ich möchte auch den gesamten Tag auf dem Bild entfernen. Also wenn ihr sagt, okay, das ist Spam oder ich sehe nicht gut aus auf dem Bild. Genau, also wenn ihr sagt, ja, nee, keine Ahnung, warum die uns markiert haben, da wollen wir nichts mit zu tun haben, dann kann ich mich entfernen, dann verschwindet mein Tag oder wenn ich sage, ja, ist mir scheißegal, ob die mich markiert oder nicht, ich will einfach nur nicht, dass es in meinem Profil erscheint, dann kann ich das quasi hier machen und wenn ich dann jetzt hier aktualisiere, dann sollte der Beitrag verschwinden. Ja, genau, jetzt ist der Beitrag hier verschwunden, wo wir drauf markiert waren. Und ich weiß nicht, warum wir hier markiert worden sind, wir haben keine anonyme Spende geleistet, aber ich glaube, die haben sich dann nur von dem Engagement-Sentrum gefreut und wollten, dass wir das irgendwie auch mitbekommen. Das kann tatsächlich auch ein bisschen spammy sein, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, über so digitalen Spam, also wenn Leute einen markieren und das hat eigentlich überhaupt nichts mit dir zu tun und die benutzen es nur, damit du es dann hoffentlich likest oder irgendwie kommentierst oder sowas, ist ein bisschen nervig, also passt auf, wenn ihr Leute markiert, dass das wirklich nur Leute sind, die da wirklich was mit zu tun haben, sondern sind die Leute halt genervt und ja, im schlimmsten Fall melden sie dich als Spammerin oder Spammer, das ist ein bisschen so eine Wachstumsstrategie von vor zehn Jahren irgendwie, das viele Leute markieren in der Hoffnung, dass irgendwie Aufmerksamkeit bei rumkommt, das ist nicht so höflich, das ist spammy. Okay, also haben wir uns jetzt hier diese fünf verschiedenen Tabs angeguckt, die man eben hat, standardmäßig hier dieses Profil, man nennt es auch Grid, weil es halt wie so ein Gitter quasi ist oder auch Feed, die Reels, die eben gerade sehr gepusht werden von Instagram, weswegen es sich da auch lohnen könnte, da mitzumachen, alle anderen Videos, die Guides und die Beiträge von anderen, in denen wir markiert sind. Und ganz rechts oben seht ihr nochmal das Symbol, was wir schon auf der Startseite gesehen haben. Hier findet ihr quasi dann die Funktion, neue Beiträge zu erstellen mit allen Funktionen, weil auf der Startseite gab es nur drei verschiedene Funktionen. Das heißt, wenn ihr irgendwie nicht mehr wisst, oh, ich möchte einen Story-Highlight machen, ich weiß nicht mehr, wo es geht, auf dem Profil oben rechts, dann könnt ihr das erstellen. Das heißt, hier haben wir alle Optionen aufgelistet, wie ihr Content erstellen könnt auf Instagram. Genau, wir können ja mal mit einem normalen Beitrag anfangen. Da werden einem, ich habe jetzt mal ein paar Bilder, also ein paar Zähler von Grafiken vorhin runtergeladen und da werden einem jetzt direkt die Sachen quasi vorgeschlagen, die man zuletzt gespeichert hat oder die Fotos, die man zuletzt gemacht hat und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, das hier wird mein Beitrag oder ich kann mehrere auswählen und daraus ein Karussell machen und sagen, das hier wird mein Beitrag, der aus diesen Sachen besteht. Ich kann jetzt hier theoretisch noch so einen Filter drauf anwenden, das ist sehr retro, so hat man früher Instagram benutzt, das macht heutzutage gefühlt niemand mehr, sondern wenn man irgendwelche Filter und Bearbeitungstools benutzen möchte, macht man das in der Regel vorher, bevor man es hochlädt, deswegen können wir das jetzt hier überspringen. Hier noch eine neue Erinnerung zu einer Instagram-Funktion für Veranstaltungen und Co. Und dann kann man eben hier seine Caption oder Bildunterschrift schreiben, man kann Personen markieren, man kann Orte hinzufügen und so weiter und so fort. Man kann auch auswählen, wenn man verknüpfte Accounts hat, ob das dann auch gecrosspostet werden soll, also ob das dann direkt auch zum Beispiel auf Twitter gepostet werden soll. Das würde ich in dem Fall nicht empfehlen, weil, also vielleicht hat sich das geändert, aber in letzter Zeit oder was ich gesehen habe, ist, dass bei Twitter dann nur der Link quasi zum Instagram-Beitrag geteilt wird und gar keine Vorschau kommt von dem Foto oder dem Video, was man geteilt hat und es ist auf Twitter dann eher wenig attraktiv, dann da drauf zu klicken. Also wir würden empfehlen, das dann lieber separat bei Twitter zu posten oder so ein Tool wie Missing Letter oder sowas zu benutzen oder Buffer, um gleich mehrere Beiträge gleichzeitig zu posten. Also ich kann dann jetzt hier diese Optionen auswählen, hier meine Caption schreiben und wenn ich dann auf Teilen klicke, dann wird der Beitrag quasi gepostet im Feed. Ich kann mir hier auch nochmal eine Vorschau angucken von dem, was ich hier gerade posten möchte. Genau, wenn ich ein Reel posten möchte, dann kommen wir hier in den Reel Editor und weil ich das in dieser App noch nie geöffnet habe, kommt auch direkt noch so ein Info-Beitrag. Ja, die Kamera ist jetzt gerade vom Cover meines iPads verdeckt, aber man kann jetzt hier quasi, also man landet quasi direkt in der Kamera und kann jetzt hier sein Reel aufnehmen. Man sieht auf der linken Seite die verschiedenen Tools, wo man zum Beispiel Musikstücke auswählen kann oder wo man die Länge des Reels bestimmen kann. Man kann irgendwelche Filter benutzen und so weiter und so fort. Also man kann jetzt quasi hier, wow, ich möchte kein Reel aufnehmen, danke. Man kann jetzt hier direkt sein Reel drin filmen, man kann aber auch Beiträge hinzufügen, die man schon vorher erstellt hat. Also so wie Leonie eben schon gesagt hat, wenn man in einer anderen App sein Video aufnimmt und bearbeitet, dann kann man das dann quasi hier einfach auswählen aus den Beiträgen, die man gespeichert hat und das sind jetzt halt alles Grafiken, aber wenn das jetzt quasi ein Video wäre, könnte ich das einfach auswählen und dann als Reel hochladen und dann eben die passende Musik hinzufügen und so weiter und so fort. Bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das Account abhängig ist oder Geräte abhängig, immer wenn ich auf meinem Handy versucht habe, ein Reel zu machen, hat dieser Editor immer diese Texte verschoben und das hat mich immer total geärgert, weil dann zum Teil die Sachen gar nicht lesbar waren. Also im besten Case sah es einfach nur ein bisschen komisch aus und im worst case konnte man die Texte gar nicht lesen und dadurch ist dann das Reel ist irgendwie der Witz so verloren gegangen. Das hat mich total frustriert, deswegen, wenn ich Reels poste, dann bearbeite ich die immer in einer anderen App, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass der Editor vernünftig funktioniert. Das kann aber auch sein, dass es sehr so App- oder Geräte abhängig ist, dass es auf meinem Android-Handy nicht gut funktioniert, aber vielleicht bei Leuten, die ein iPhone benutzen und die iOS-App-Version haben, dass es bei denen gut klappt. Keine Ahnung. Leonie, klappen bei dir die Reels? Benutzt du das überhaupt? Also bei mir ist es jetzt tatsächlich schon mehr als ein Jahr her, als ich das letzte Mal im Reel Editor was gemacht habe und da war das auch immer ein Albtraum und dann hatte ich auch irgendwie, bei Text weiß ich es nicht mehr, aber irgendwie hat es dann geglitscht und dann hat ein Videoclip wurde nicht gespielt und solche Sachen. Also ich würde es jetzt auch nicht so empfehlen, im Reel Editor selbst zu bearbeiten, aber naja, vielleicht, da gibt es ja noch Luft nach oben, vielleicht verbessert sich das auch noch. Ja, wir hoffen es mal und ansonsten weiß ich, dass viele Leute eh den TikTok-Editor lieber mögen, weil sie vielleicht da einfach die Bedienungen schon mehr gewohnt sind, das ist ja auch ein bisschen anders, wie man das macht und dass die Leute das dann halt eher in TikTok quasi bearbeiten, dann das Wasserzeichen entfernen und dann halt als Reel hochladen. Man kann darüber auch eine Story beginnen, hier kommt dann die Auswahl, möchte ich ein Foto posten, was ich irgendwie zuletzt gespeichert habe oder möchte ich meine Kamera starten, jetzt haben wir hier wieder mein Cover, was hier quasi die Kamera bedeckt. Also da kann ich hier ein tolles Foto von meiner Tastatur machen und das in die Story posten. Auch hier kann ich Filter benutzen, wow, für einen tollen Retro-Look oder ich kann Text hinzufügen, ich kann daraus ein Boomerang machen, ich kann daraus so ein Layout machen mit so einer kleinen Collage. Was ich persönlich mag, ist dieses Freihändig, weil man irgendwie so eine Laberstory macht, dann klickt man einen Button und muss den nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Also ja, da sind quasi auch verschiedene Optionen. Der Story-Editor funktioniert meiner Erfahrung nach besser als der Real-Editor. Also da habe ich das seltener, dass es irgendwelche Glitches gibt oder irgendwelche Sachen sich verschieben. Also... Okay, willkommen zurück im Screensharing. Als ich gesagt habe, dass die Story bei mir in der Regel nicht glitscht, ist nämlich mein Zoom abgestürzt, wahrscheinlich, weil ich hier irgendwas auf dem iPad geklickt habe. Aber okay, das war eine einmalige Sache, auf dem Handy tut es normalerweise. Und ihr habt ja jetzt auch gesehen, wie man eine Story postet. Deswegen müssen wir jetzt hier keine weiteren Abenteuer riskieren. Ihr könnt hierüber auch ein Story-Highlight erstellen, also quasi Storys sammeln. Das könnt ihr aber auch machen, wenn ihr euch eure bisherigen Story-Highlights anguckt und dann einfach zur Seite zoomt und dann hier auf Neu geht, ganz am Ende. Das ist auch ein anderer Weg, wie ihr das machen könnt. Zu Story-Highlights, was die genau sind und wie man das strategisch machen kann, kommt demnächst, also in zwei Wochen noch eine separate Folge. Nur ganz kurz, Story-Highlights sind quasi Storys, die man mal gemacht hat und die man dann zusammensammelt. Man kann denen dann einen kurzen Namen geben mit Text und Emojis und man kann dann ein Profilbild auswählen aus den Storys, die man gemacht hat oder ein separat hochgeladenes Profilbild. Ich mache jetzt zum Beispiel hier mal diese Story an, wo wir im Deutsch-Französischen Institut in Tübingen waren, Luisa und ich, für ein Seminar und wo wir quasi alle Storys, die wir zu diesem Seminar gemacht haben, das war vor zwei Jahren, wow, haben wir die einfach gesammelt und quasi erzählt, was wir da so gemacht haben, ein bisschen Behind-the-Scenes von unserer Arbeit gezeigt und so weiter und so fort. Und man kann die auch, wie gesagt, strategisch nutzen, indem man bestimmte Sachen wie wer sind wir, was machen wir, wie kann man mitmachen und so weiter als Story-Highlight vorbereitet. Dazu erfahrt ihr dann die Tage in der Podcast-Folge mehr. Dann kann man hierüber auch live gehen. Was verbirgt sich denn dahinter, Leonie? Das haben wir ja bisher jetzt noch gar nicht entdeckt, dieses Live-Symbol, was ist denn das? Genau, also normalerweise, wenn gerade aktiv jemand einen Live-Stream macht, dann seht ihr das auch, wenn ihr auf der Startseite seid, bei den Storys, bei den Kreisen, dann wären da quasi, bevor die normalen Storys kommen, wäre dann so ein, glaube ich, ein roter Kreis, wo dann steht so live oder sowas. Genau, also das heißt, falls es euch interessiert, klickt da einfach mal auf einen aktiven Live und schaut euch das mal an. Aber im Prinzip könnt ihr dort einfach auch selbst Live-Streams machen. Ihr könnt quasi dann direkt auf die Kommentare antworten, die im Chatverlauf kommen. Manchmal kommen dann auch so Herzchen als irgendwie positive Rückmeldung. Genau, ihr könnt sogar auch quasi mit anderen Accounts einen Live-Stream zusammen machen, also dann zwar quasi eine Live-Schaltung zusammen machen und sagen, okay, wir holen jetzt unseren Nachbarverein hinzu und wir machen zum bestimmten Thema irgendwie gemeinsam einen Live-Stream. Oder ein Interview oder sowas, dass man sich da gegenseitig interviewt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann theoretisch auch spontan Leute dazu holen. Also man kann, wenn man alleine live ist, sagen, hey, wer von euch hat Lust, keine Ahnung, seine Erfahrungen zu teilen und dann können Leute quasi sagen, irgendwie, wie nennt man das, bewerben, eine Anfrage stellen. Anfrage, irgendwie sowas und dann kann ich das quasi akzeptieren und die Person ist dann als zweiter Gast mit im Live. Muss man natürlich aufpassen, dass die Person keinen Quatsch erzählt und das dann quasi live ausgestrahlt wird an alle, die gerade mit dabei sind. Genau. Ihr könnt das auch als Q&A machen. Also es gibt tatsächlich auch die Option, das von Instagram als Q&A zu betiteln, wo dann die Leute so Fragekarten einschicken können, wo dann Fragen stehen und dann werden die angezeigt und ihr könnt das beantworten. das wird dann blau angezeigt anstelle von rot, soweit ich weiß. Genau. Man kann Live-Videos auch planen, wann die kommen sollen und man kann denen Titel geben und eine Spendenaktion sogar daraus machen. Also dass man zum Beispiel sagt, wir machen jetzt hier eine Live-Show und wollen in der im Laufe des Abends, keine Ahnung, 200 Euro sammeln für eine Charity, die wir unterstützen. Also da gibt es verschiedene Optionen, wie man das machen kann und man kann sich eben entscheiden danach, ob man das gerne speichern möchte oder nicht. Also wenn man wirklich einen ganz klassischen Livestream machen möchte, dann ist der halt danach vorbei und wer nicht eingeschaltet hat, hat Pech gehabt. Wenn man den aber danach speichert, dann erscheint der quasi hier bei den Videos, was wir vorhin auch schon hatten, da wo früher die IGTV-Videos auch waren, da erscheinen dann auch die gespeicherten Live-Videos. Was sich eventuell besser anbieten würde, wir haben ja vorhin schon gesagt, Instagram ist eigentlich nicht die App, in der Leute gerne lange Videos gucken, ist, dass man das dann runterlädt runterlädt und dann irgendwie zweitverwertet und sagt, wir nehmen die Tonspur davon und machen daraus einen Podcast oder wir schneiden das zusammen und nehmen nur die drei besten Stellen, die Highlights, die jeweils zwei Minuten lang sind und machen daraus Videos oder wir packen das lange Video auf YouTube. Also das würde ich empfehlen, dass man das dann eben runterlädt und zweitverwertet, weil die Leute benutzen ihr Handy für viele Dinge. Die wollen nicht eine Stunde lang ihr Handy nur irgendwie hinstellen und da dann irgendwie sich ein langes Video angucken, sondern dafür macht man sich dann eher YouTube am Desktop an oder an irgendeinem anderen Zweitgerät. Dann haben wir noch die Guides, über die haben wir ja eben schon gesprochen. Also das ist jetzt hier noch ein anderer Ort, wo man so ein Guide erstellen kann und die Spendenaktion, das haben wir jetzt gerade auch schon gesagt. Wir haben das vorhin noch mal nachgeguckt. Man kann quasi für gemeinnützige Organisationen Spenden sammeln. Also jetzt werden mir hier sogar schon welche vorgeschlagen. Das sind auch Accounts, die wir kennen und denen wir folgen. Wir verlinken euch einen Hilfartikel von Instagram, wo quasi drinsteht, wie man sich dafür anmelden kann, dass man da so eine bestätigte, gemeinnützige Organisation ist. Also ich kann jetzt nicht einfach für irgendeinen Account, ich kann nicht für Leonies privaten Account jetzt eine Spendenaktion sammeln und sagen, wir kaufen Leonie ein neues iPhone oder sowas, sondern das sind jetzt hier quasi verifizierte Profile und da kann ich jetzt einmal einfach in meinen Vorschlägen gucken oder ich kann jetzt hier auch nach den Kategorien gucken. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr Spenden sammeln wollt, dann wisst ihr wofür und müsst ihr euch dann nicht erst von Instagram irgendwie was vorschlagen lassen, wofür ihr das machen könntet. Genau. Also das sind dann hier die ganzen verschiedenen Optionen, was zu gestalten. Und dann haben wir als letztes noch hier die Optionen, also dieses Burger-Menü mit diesen drei Strichen. Da haben wir jetzt die ganzen verschiedenen Einstellungen. Wir kommen auch hier zum Beispiel nochmal zu den Insights und zu den Beiträgen, die wir gespeichert haben. Wir können uns hier unser Archiv angucken. Das ist quasi ein Archiv mit allen Instagram-Stories, die wir mal erstellt haben. Und da kann man jetzt einfach gucken, was haben wir zuletzt so gepostet. Oder man kann auch auf ein ganz bestimmtes Datum gucken, wenn man zum Beispiel sagt, ah, keine Ahnung, im November hatten wir doch mal dieses eine Event. Da gucke ich jetzt, was habe ich denn am 15. November so gepostet. Ah, okay. Okay, nur das, schade. Und kann sich da dann die Sachen zum Beispiel auch nochmal runterladen, nochmal speichern, wenn man sagt, keine Ahnung, ich brauche jetzt das hier. Oder ich kann auch im Nachhinein noch sagen, ich möchte daraus ein Story-Highlight machen. Das seht ihr da unten. Also sprich, ein Story-Highlight könnt ihr auch Monate später noch machen. Das muss nicht frisch dann gemacht werden, wenn ihr auch die Story erstellt. Was dann noch interessant ist, ist dieses enge Freunde-Feature. Ich glaube, da habe ich jetzt hier gar keine in diesem Account. Kannst du kurz erklären, was enge Freunde bedeutet, wofür man das benutzt bei Instagram? Genau, also für enge Freunde, für enge Freunde, enge Freunde. Für enge Freunde kann man auch Storys erstellen. Das heißt, wenn ihr quasi dann die Story fertig habt, dann seht ihr unten einmal in deine Story-Posten und einmal enge Freunde. Wenn ihr dort Accounts hinzufügt, dann könnt ihr quasi nur Storys machen, die nur diese Personen dann sehen. Also wenn man eine Privatperson ist, dann kann man ja irgendwie sagen, okay, hier füge ich die Leute hinzu, die irgendwie in meinem engen Freundeskreis sind und da tue ich dann eher privatere Sachen posten. Oder ihr könnt irgendwie, keine Ahnung, nur für eure Mitglieder oder so etwas machen. Also könnt ihr überlegen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, wo ihr das irgendwie verwenden könnt. Und wie gesagt, nur die Personen haben dann Zugriff, diese Stories anzuschauen. Genau, so sieht das jetzt hier aus, wenn ich diese Story erstelle. Wenn ich unten links auf deine Story klicke, dann kommt es in die normale Story, die alle Leute angucken können, egal ob sie mir folgen oder nicht und egal ob sie in meiner enge Freunde-Liste sind oder nicht. Und wenn ich unten auf enge Freunde-Liste klicke, dann bekommen das nur die Leute, die ich da vorher ausgewählt habe. Die Leute kriegen auch keine Benachrichtigung. Also man bekommt keine Benachrichtigung, hey, der Account XY hat dich in deine enge Freunde-Liste aufgenommen. Und man bekommt auch keine Benachrichtigung, wenn man da ausgeschmissen wird. Man sieht das nur. Also wenn ich das jetzt machen würde, dann würden die Accounts, die ich in diese Liste aufgenommen habe, wenn die sich bei Instagram einloggen und dann hier oben gucken, was es Neues gibt für Stories, dann wäre da auch so ein spezielles Symbol. Ich glaube, das sind irgendwie so grün mit so einem Sternchen oder so. Ja, das ist einfach quasi anstelle von dem bunten Ring, ist das ein grüner Ring und wenn man draufklickt, dann sieht man rechts oben so ein grünes Sternchen-Symbol. Dann weiß man, okay, das ist eine Story, die nicht die ganze Öffentlichkeit sieht, sondern nur ich und die anderen, die auf der Liste sind. Genau, da fühlt man sich dann vielleicht auch noch mal geehrt und guckt sich die Story erst recht an und sagt, das werde ich aber nicht verpassen, wenn das hier schon exklusives Material ist und ich darauf Zugriff habe. Also ja, das könnte eben auch eine Möglichkeit sein, wie du schon gesagt hast, vielleicht für eure Mitglieder speziell oder für irgendwelche Partnerorganisationen, mit denen man zusammenarbeitet oder so, irgendwelche exklusiven Informationen an die zu schicken. Genau, damit sind wir quasi durch, durch dieses, was man erstellen kann und was man hier so machen kann. Also Einstellungen im Kurs sind glaube ich relativ langweilig, das könnt ihr selber euch angucken, wie ihr das macht. Eine Sache ist vielleicht noch spannend, die Profilart, das ist glaube ich hier bei Konto richtig, Kontoart wechseln, genau. Ich sehe das nicht mehr so häufig, aber bei Leuten, die mit Instagram ganz frisch starten, ist es manchmal so, wenn die sich ein neues Konto anlegen, dann ist man ja standardmäßig so ein sogenanntes privates Konto oder persönliches Konto, was quasi dafür gedacht ist, dass das Privatpersonen nutzen, und die Instagram eben nur nutzen, um sich mit ihren Freunden zu connecten, vielleicht ein paar anderen Profilen zu folgen und fertig. Und dann gibt es ja noch diese Kontoart Business Profil und die Kontoart Creator Profil. Und wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, auf ein Business oder ein Creator Profil zu wechseln, je nachdem, wie ihr euch so identifiziert, weil man dann mehr Funktionen hat, weil man dann mehr Insights hat, weil man dann dieses Professional Dashboard hat und so weiter oder sowas wie diese Shop Anbindung, die wir vorhin schon besprochen haben, die hat man natürlich auch nur als Business Profil. Also eine Privatperson hat ja nicht mal eben so einen Shop und will irgendwas verkaufen. Also falls ihr noch in einem persönlichen Profil seid und eben Zugriff haben möchtet auf diese Sonderfunktion, dann könnt ihr über Kontoart wechseln, könnt ihr dann quasi zu dem wechseln, je nachdem. Also wir sind jetzt gerade ein Business Profil mit diesem Konto und dann könntet ihr eben sagen, zu Creator Profil wechseln oder zu Business Profil wechseln, damit ihr da diese Zusatzfunktionen habt. Also das können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten kann man hier zum Beispiel noch diese Zwei-Faktor-Identifikation aktivieren, damit man sicherer ist, damit das Konto nicht gehackt wird, falls mal jemand an das Passwort kommt und so ein paar andere Sachen, die man hier in den Einstellungen noch machen kann. Aber ich denke, das meiste davon ist relativ selbsterklärend oder da könnt ihr euch dann selber mal durchgucken. Genau. Was wir euch zum Ende noch sagen wollen, diese verschiedenen Oberflächen, die wir uns jetzt angeguckt haben, also der Feed zum einen, die Stories, die Reels, die Explore-Page. Instagram selber sagt, dass für diese verschiedenen Oberflächen es auch verschiedene Algorithmen gibt. Also man hört ja immer der Algorithmus, wie funktioniert der Algorithmus, wie kann ich den Algorithmus austricksen, das ist immer so mein Favorit, so irgendwelche Clickbait-YouTube-Videos, so trickst du den Algorithmus aus, das kann man sich mit amüsieren. Und Instagram selber sagt eben, dass es dafür verschiedene Algorithmen hat, weil man ja verschiedene Intentionen hat mit der Benutzung. Also wenn ich mir Storys angucken möchte, dann sind das ja Leute, die ich kenne, dann möchte ich gucken, was gibt es bei denen so Neues, hier Helping Tessie, was macht ihr denn so, okay, cool. Mit denen habe ich halt einfach eine andere Beziehung, als wenn ich auf die Explore-Page gehe, ich kann hier mal aktualisieren und gucken, was uns jetzt so angezeigt wird, dass ich eben auf die Explore-Page gehe und gucke, was gibt es denn hier, ah, schon wieder süße Hunde. Rumänische Straßenhunde, cool. Ja, dass ich quasi hier neue Leute entdecke, vielleicht ist mir langweilig und ich sage, ach, in meinem Feed habe ich schon alles mir angeguckt, jetzt will ich neue Sachen entdecken und so weiter und so fort. Und dass deswegen Instagram hier verschiedene Maßstäbe ansetzt, wie es Beiträge bewertet, wer welche Beiträge sieht und so weiter. Wir verlinken euch da auch einen Blogpost zu. Aber habt es einfach im Blick, dass zum Beispiel eure Storys, Leute gucken, die euch schon kennen und eure Feedposts die Chance haben, dass Leute, die angezeigt bekommen durch einen Hashtag oder durch eine Ortsmarkierung oder weil sie geteilt werden oder weil sie Explore-Page landen, die euch noch nicht kennen. Und auf der anderen Seite Reels und Co., da könnt ihr davon ausgehen, dass das auch vielen Leuten gezeigt wird, die euch noch gar nicht kennen, die noch nie von euch gehört haben. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr quasi die Inhalte ein bisschen anders angehen. Also bei solchen Reels oder auch TikTok-Videos ist es ja häufig so, dass die Leute ganz am Anfang sich kurz irgendwie erklären und irgendwie sagen, hi, ich bin bla 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 und ich rette seit zehn Jahren Straßenhunde aus Rumänien und das hier ist mein neuster Schützling und keine Ahnung, ich zeige euch jetzt, wie man die Krallen schneidet, auch wenn der Hund Angst hat oder was auch immer, dass man quasi am Anfang schon so ein bisschen Kontext mitbekommt, damit man dann das Reel weiterguckt und dass das Reel nicht einfach direkt damit startet, dass die Krallen geschnitten werden, weil man dann vielleicht denkt so, hey, keine Ahnung, worum es hier geht, sondern dass erst irgendwie Kontext gegeben wird. Während bei den Storys die Leute euch schon kennen und ihr dann nicht bei der Story jedes Mal was neu sagen müsst, hi, wir sind das und das und wir machen das und das, sondern da könnt ihr quasi so ein bisschen ungezwungene Einblicke hinter die Kulissen geben, zeigen, was es Neues gibt und so weiter. Und wir haben uns ja vorhin schon hier den Tischhoch-Zwein angeguckt vom Tierheim Delbrück. Die machen das echt gut. Also die machen durch ihre Storys immer so ganz lockere Einblicke, was gibt es gerade Neues bei denen in Köln vor Ort und im Feed widmen sie sich dann eben einzelnen Themen oder einzelnen Tieren. Also zum Beispiel zeigen sie in der Story, oh, wir haben schon wieder einen Welpentransport irgendwie verhindert und jetzt sind hier zehn Welpen von, keine Ahnung, irgendeiner Trendhunde-Rasse. Leonie, was ist gerade in auf dem Hundewelpenmarkt? So French Bulldogs oder sowas. So, hey, wir haben hier diese zehn Welpen, die sind alle krank, die haben alle die und die Krankheit, wir müssen jetzt erstmal auf die Quarantäne-Station bringen. Bitte schickt uns noch keine Anfragen. Wir wissen, die sind süß und wir müssen die erstmal päppeln und gucken, ob die überhaupt fit sind, bla, bla, bla. Und dann nach, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Wochen, wenn die Hunde irgendwie versorgt sind und gesund sind, dann gibt es zum Beispiel einen Feedpost zu denen, wo dann nochmal gesagt wird, was da jetzt passiert ist und dass man die jetzt adoptieren kann und was man irgendwie wissen sollte über diese Hunderasse und so weiter. Und man kennt dann meistens diese Hunde schon, weil man halt vorher in der Story schon mal gesehen hat, dass es irgendwie ein Update gab. So, hey, keine Ahnung, die Hunde sind über dem Berg oder heute geht es in den OP, heute geht es zum Tierarzt und so weiter. Also man wird da irgendwie ganz gut auf dem Laufenden gehalten, was so passiert. Und im Feed gibt es dann quasi, ja, so das Update oder auch den Post, den man dann zum Beispiel kommentieren kann oder den man dann zum Beispiel teilen kann, weil zum Beispiel irgendwas gesucht wird. Ich kann euch vielleicht ein Beispiel zeigen. Also hier im Feedpost stehen dann in der Regel einzelne Tiere im Vordergrund und keine Ahnung, da war zum Beispiel irgendwie neulich hier so ein Terrier, der irgendwie ganz süß und harmlos aussieht, der aber Terrier erfahrene Leute sucht. Und da wird dann quasi hier über diesen Hund geschrieben, was den so ausmacht und so weiter und so fort. Und tatsächlich war es dann so, dass ein paar Tage später Leute sich gemeldet haben für diesen Terrier und sie dann auch wieder das Update gegeben haben hier, dass dieser süße Terrier jetzt die passende Familie gefunden hat, die ihn jetzt adoptiert hat. Und ja, so kann man eben wunderbar quasi Storytelling machen über diese verschiedenen Oberflächen hinaus und eben, ja, diesem Verein, den man gerne mag, verbunden bleiben und eben mitbekommen, was es da so, was da so passiert und was es da so gibt. Genau, also zum einen die verschiedenen Oberflächen haben verschiedene Algorithmen und als Konsequenz daraus kann man eben natürlich auch noch sagen, Instagram mag es, wenn ihr alle Oberflächen benutzt. Also wenn ihr nicht nur eine Oberfläche benutzt, wenn ihr nicht nur in den Feed postet, sondern wenn ihr auch die verschiedenen anderen Sachen macht. Was ist denn der Grund dafür? Kann Instagram nicht sagen, wir sind froh genug, wenn ihr unsere App überhaupt benutzt? Was ist denn, was ist denn die Begründung oder die Argumentation dahinter? Naja, also wie ihr das ja auch vielleicht gemerkt habt, zum Beispiel die Reels werden ziemlich sehr von Instagram gepusht und die möchten, also es ist, oft wird es oben in der Startseite angezeigt, das ist im Design von der App direkt in der Mitte. Also sie wollen ja offensichtlich, dass wir Reels konsumieren und dass wir auch Reels produzieren und deswegen gefällt es denen wahrscheinlich auch, wenn man als Account selbst auch mal diese Option ausprobiert und selbst Reels postet und ja, also es ist auch nicht ganz so transparent, aber man wird schon möglicherweise dafür belohnt, dass man verschiedene Funktionen von der App ausprobiert und nicht nur Bilder postet und nichts anderes. Genau. Es gibt da ja auch diese ganz einfache Rechnung, wenn ein Feature neu ist, dann benutzen das ja nur nicht alle, sondern erstmal nur die Leute, die irgendwie besonders Lust haben, das auszuprobieren und so weiter. Wenn viele Leute sagen irgendwie, ah, keine Lust, das zu lernen oder ein Video, keine Lust Videos zu machen und so weiter und wenn es wenig Leute gibt, die dieses Feature benutzen, es aber gleichzeitig von Instagram sehr gepusht wird, in dem Fall, in dem einfach der Button ganz prominent ins Menü platziert wurde, dann habt ihr quasi eine größere Chance, dass euer Content entdeckt wird, weil ihr einfach wenig Konkurrenz habt, also weil wenig andere Leute diese Art von Content machen und das ist also auch noch ein Grund, warum es sich lohnt, solche neuen Oberflächen auszuprobieren, wenn sie neu sind, also nicht zu sagen, wir posten nur in den Feed, sondern eben zu sagen, okay, dann probieren wir jetzt mal so ein Reel, probieren mal zwei, drei aus und gucken mal, macht uns das Spaß, kommt es gut an und so weiter und ja, im besten Fall merkt ihr dann, dass es euch Spaß macht oder dass ihr dadurch viele neue Leute erreicht und könnt dann eben so gucken, wie ihr die Oberfläche für euch nutzen möchtet. Also man wird natürlich nicht dazu gezwungen, aber ja, es lohnt sich schon, wenn man sich auf jeden Fall jede Oberfläche zumindest mal angeguckt hat und mal ein bisschen damit beschäftigt hat und dementsprechend solltet ihr natürlich eure Instagram-Strategie regelmäßig anpassen. Also wenn ihr noch Instagram nutzt, so wie vor zehn Jahren, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr sagt, dadurch passiert irgendwie nicht so viel, dadurch kriegen wir irgendwie wenig Aufmerksamkeit auf unser Angebot oder haben wenig Unterhaltungen mit Menschen, sondern dann probiert einfach mal die verschiedenen Sachen aus und guckt mal alle paar Monate drauf, was ihr in eurer Social-Media-Strategie verändern möchtet. Wir packen euch in die Show Notes ein paar Links zu Folgen, die wir selber gemacht haben, die zu dem Thema passen, aber auch zu den erwähnten Blog-Artikeln, also zum einen den Artikel über dieses Spenden, wie man sich da selber anmeldet und ich glaube, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, wir haben nur im Vorgespräch drüber gesprochen, aber es gibt ja zum Beispiel auch von Instagram diese neue, eine neue Ankündigung, dass es quasi mehrere Feeds geben wird, also so ein Favoriten-Feed und so ein Home-Feed und so weiter, das wird dann quasi irgendwo hier unten, wo deine Story ist, dazwischen wird dann irgendwie noch so ein Schalter sein, wo man das wechseln kann. Dazu packen wir euch auch noch einen Text in die Show Notes, wo darüber berichtet wurde, dass das wohl demnächst kommt als Feature und das wird dann den Feed wahrscheinlich auch nochmal aufmischen und schön, dass Krisen-Chat hier oben erscheint, weil Krisen-Chats sind nämlich die, mit denen wir demnächst reden und die uns erzählen, wie sie Reels benutzen. Also da habt ihr jetzt schon mal die exklusive Info bekommen, mit wem wir dann demnächst über Reels sprechen und dann erfahren wir hoffentlich die Erfolgsgeheimnisse, wie die mit Reels arbeiten und die machen das echt gut. Aber das sehen wir dann andermal. Okay, Leonie, hast du noch abschließende Worte zu den verschiedenen Instagram-Oberflächen oder was würdest du jemandem sagen, der jetzt vielleicht sagt, um Gottes Willen, wie soll ich da anfangen? Da sind so viele verschiedene Optionen. Hast du irgendwie ermutigende Worte zum Schluss? Hm, ja gut, ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt quasi einsteigt, das schon echt überfordernd ist, aber für andere Leute, die schon seit Jahren dabei sind, ist das ja so, dass das quasi eine Funktion nach der anderen hinzukommt und dann gewinnt man sich vielleicht ein bisschen mehr dran. Aber ja, also ich meine, das, womit man wahrscheinlich auf jeden Fall anfängt, ist natürlich ein Feed, Post zu machen, dann die Stories, dann kommt man vielleicht irgendwie dazu, dass man mal ein Reel macht, weil Stories und Reels, da kann man vielleicht auch eine Story in ein Reel umwandeln, sowas. Also quasi mit einem anfangen und dann quasi so einen kleinen Turm zu bauen und weiterzumachen, würde ich empfehlen und jetzt nicht sagen, okay, wir müssen in der ersten Woche gleich alle Features ausprobieren, sondern nacheinander überlegen, wie man es angehen kann. Exakt, das ist ein guter Tipp und beim nächsten Mal reden wir, wie gesagt, auch über die Story-Highlights und wie man die nacheinander strategisch aufbauen kann. Also das passt sehr gut dazu. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein und ansonsten, wenn ihr sagt, um Gottes Willen, redet doch nicht immer nur über Instagram, dann nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge an. Dann könnt ihr uns auch einen Vorschlag machen, worüber wir als nächstes sprechen sollen in diesem Podcast. In diesem Sinne, danke schön fürs Zuhören oder fürs Zugucken, wenn ihr euch die Video bei Ruyanta angeguckt habt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020